Es wurden ja auch große Worte schon geschwungen. Hubertus Heil sprach von einem erneuerten Versprechen. Aber warum genau schnürt denn die Regierung überhaupt ein Rentenpaket? Die ist längst überfällig, diese Reform. Wenn man auf die Babyboomer zum Beispiel schaut, gehen in den nächsten Jahren vier Millionen Menschen in Rente. Die werden also von Einzahlern ins System zu Leistungsempfängern. Das ist eine ganz schöne Menge und bringt die Rentenkassen an ihr Limit. Da sind sie eigentlich jetzt schon. Also 100 Milliarden Euro fließen im Moment Steuergeld in die Rente zur Stabilisierung. Und das wird immer mehr, wenn es keine Reform gibt. Und das würde dazu führen, dass der Staat einfach manövrierunfähig ist. Jetzt sind schon jeder vierte Haushaltseuro, der in die Rente fließt. Künftig werden es dann noch mehr und dann fehlt irgendwann das Steuergeld für andere Projekte.